Das ist Playstation Network. Und herzlich willkommen zurück zu Rocket League. Weiter geht's. Oh, du bist. Kosta und Robin am Start. Und wir sind immer noch richtig gut drauf von letzter Folge. Nein! Wie gesagt, noch gut drauf von letzter Folge. Da sind wir ein bisschen eskaliert. Wir bitten das zu entschuldigen. Ja, normales 2 gegen 2. Ich. Und, genau. Diesmal wieder auf dieser, ich weiß nicht, Mad Max Map, sag ich erstmal. Scheiße. Alter, ich wollte ja blocken, dann hat er den in der Luft sozusagen geschlagen. Wie der Veteran, Alter. Siehst du? Ja, das hasse ich immer. Wenn das passiert, da kannst du halt nichts für. Das ist dann einfach schlecht. Schlecht gelaufen. Äh, beide. Ich glatt hin. Ja. Jawoll. Komm vor, bitte. Ja. Ich warte am Mittelfeld. Warte. Ja, genau. Mach das so. Jetzt. Jawoll! Aaaaaah. Guter Schuss. Ah! Aaaaaah! Ahahahahaha! Da stelle ich mir gerade vor, wie er lacht. Oh, tausend Piss wieder eingelückt bin ich hier drin und zock gerade. Ich bin gerade geil. Also in Rocket League. Oh, hier gegenüber mein Kopf in Glück. Ich sehe nichts. Nein! Ah, kacke. Ich dachte, der geht jetzt so, halt so ungefähr Mitte vom Tor oder ungefähr unter der Latte. Ah, easy. Jetzt wird der arrogant. Jetzt hau ich ihm auf die Fresse. Jetzt ist es so weit. Jetzt ist es so weit. Du bist wieder. Ja, ja. Pass auf. Watch me go. Okay. Kossa? Du musst mal nehmen. Ich bliege. Now watch me irgendwas anderes. Ich kenne den Text nicht. So. Der ist drin. Oh, lass den Ball. Was? Was war das, Alter? Wie haben den denn rausgezogen? Der hat den... Der hat doch gerade gescheatet, Alter. Der Rennen war das bestimmt gerade so zu. Weil der Ball nicht durchdrehen war. Ich weiß nicht. Wenn ich... Fertig bin, hab ich keine Stimmung mehr. Fuck. Ich gehe wieder zurück. Oh, gut. Gut gemacht. Oh, scheiße. Oh. Fehler werden gemacht. Scheiße. So, der andere warte zu weit hinfuss. Ich nehme ihn. Nee, ich wurde geschrottet. Ich bin scheiße. Ich bin Tor, ich bin Tor. Ich bin Tor, ich bin Tor. Ja, bin ich. Wo ist der andere? Weil ihr wollt? Geh vor, ihr vor. Du bist alleine. Ich komme hinter dir aber her. Mitte. Jawoll. Yes, Junge, wir sind wieder im Game. Warte, ich muss jetzt mal auch ganz ehrlich sein. Nein, tu's nicht. Wir hätten angefangen, wir hätten auch nichts hier gesagt. Ja. Wenn man vorher spielt, muss man damit rechnen und sich selber brennen. Ja. So, weiter im Text. Entschuldigung, ich werde dich jetzt ehrlich fertig gemacht. Mitte. Der kommt zurückgeprallt. Ja, den schon. Oh, scheiße. Ich hatte keinen Boost mehr. Nee, nee, nee. Sorry. Ich wusste, ob du nur bekommst. Geh du Tor. Ja, ich habe ihn nicht. Ich gehe Tor, ich gehe Tor. Ich gehe Tor. Ab nach vorne. Ja, ich muss erstmal den Boost machen. Der kommt zurück, der kommt zurück. Ja, ja. Ohne mich. Ähm, Kosta? Nee, warte, ich bin hinten. Ich gehe wieder hinten. Äh, ich gehe hinten. Okay, der ist gut. Ja. Scheiße. 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 Aber da habe ich einen Premium-Griller gerettet, ey. Und dann habe ich versagt. Mann, wo ist denn der Hans-Peter? Du bist. Ja. Ähm. Ich bin hinten. Geh ruhig dran. Ich bin hinten. Ich safe. Ich hole ihn, ich hole ihn. Jawohl. Ich bin hinten. Ein zerstört. Geh ran. Hab ich. Mitte. Okay. Hast du. Okay, habe ich. Ja, das wird nix, das wird nix. Ich war auf dem falschen Linke. Der kommt zurück. Ja, ich bin hinten. Ich bin Tor. Huh. Der kommt. Hab ihn, hab ihn. Ich gehe ran. Ich bin Mitte. So, jetzt spielen wir mal richtig. Oh. Guck ich's mal vorne, warum er so zwei unten geht? Oh. Ich bin Tor. Ja. Nein. Was war das für Scheiße? Scheiße. Ich fliege. Kann nix machen. Wieder dann ausgeschaltet. Nein. Das war in der letzten, oder eine der letzten Folgen noch drüber beschwert, wie sich immer die Leute da, äh, nicht mehr so kaputt machen alles. Jetzt habe ich den Typen schon zweimal gemacht. Abgelenkt. Ich bin Mitte. Jawoll. Jawoll. Komm, vier, drei. Okay, das war ein nice one. Die Demütigung, dass du geredet. Komm, noch ein Tor, Robin. So wie letzte Folge. Ja, aber... Ich erinnere mich nicht daran, ey, mein Hals steht jetzt auch nicht. Ich bleib jetzt hinten. Ich bleib hinten. Was, mein Teammate Noob? Ja, du mich auch. Was? Auch wenn er den anderen meint, das ist mir egal. Mein Teammate Noob. Boah, jetzt bin ich da stehen. Das ist unsere Chance. Zwist in dem Team. Los, Kuster. Nein, Robin, komm. Boah, ja, nee. Ach, kacke. Das wäre gut, wenn der nach oben geflogen wäre und jetzt draußen. Oh, der ist schon weg, schade. Ich wollte gerade sagen, dass er die Fresse halten soll. Da war es doch schon, oder? Zwei Runden. Das waren schon zwei Runden? Ja, natürlich. Die erste haben wir verloren, die zweite auch. Oh. Ja. Oder? Ja. Dann ja. Ich sag mal so. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Bis dahin.